Grüezi miteinander. Mein Name ist Eva Gauci. Ich bin hier in Neuedorf und reite an diesem wunderschönen Turnier den iCup. Mit dem Golden Boy und dem Lesbois. Es ist das erste Mal für mich heute. Ich reite seit sechs Jahren Turniere. Ich wohne in Langnau am Alp bei Zürich. Mein Trainer heisst Niklaus Wicker und ich bin mega zufrieden. Wir trainieren seit vier Jahren bei ihm. Ich habe noch einen Schwester, der sehr erfolgreich reitet, der heute Abend auch mitreiten wird.